Hallo Wir sind die Fackelmännerfrauen, ne die Fackelfrauenmänner, Nina hat nen Bart Wir sind wieder auf Ulfried gestrandet Und das war ein Auto Oh Gott Guck mal, Schwein Hast was gesehen? Nö, ne? Guck mal Guck mal Guck mal Ja Ich guck mal mit deinem Metall Bin ich da? Ich bin eine Statuette Oh, noch mehr Statuetten Ja, letztes Mal sind wir hier stehen geblieben Wir brauchen noch Material, ne? Was haben wir aus, was haben wir das gemacht? Aus Quarz, ne? Boden ist Quarz Englisch Ich hab gewachsen Oh, geil Lass mal Schliffe Da, da, da Hab ich das jetzt gekriegt? Ja, warte, 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 komm Wieso holt's mal ne Ecke? Komm, wieso holt's mal ne Ecke? Da, wo Nina uns nichtéd Komm hier, 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 komm Komm her, komm da Ach so Ah Nina willst auch Koks? perks auf der FC Du, Nina, willst auch Koks? Warte, guck mal, hier, hier hast Koks Oh Hatce, hatce Ich merke, dass Antichit steht, weil ich zu schnell laufe Also mir ist heute nicht gut Also ich hoffe, ihr könnt das alle entschuldigen Katze? 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 Du, ich hab was vergessen Warte mal, warte mal kurz Ich brauch ein bisschen Tschüss Ich glaub, das Speed wirkt ein bisschen zu gut Ja, das war's bestimmt Das war's bestimmt, bestimmt So Alles wieder gut Du, du, Sibi Was deine hat eben gekackt Da kam was hinten rausgekrümelt bei ihr Ich guck mal, warte mal Ich guck mal Nina, bleib mal stehen Das müssen wir mal ins Speed Bleib doch mal bitte Nina, bleib doch mal Guck, da, da wieder Die schwarzen Dinger da Siehst du, siehst du Wollen wir denn in den Nieder gehen? Ja Nein Nein? Was brauchen wir denn in den Nieder noch? Na hier, den Fußboden Ach ja, Quarzblöcke Ich hätte noch eine Hüte Dann hin da, los Außerdem Ne Hab ich das jetzt hier richtig Hab ich das hier überhaupt richtig gemacht an der Seite? Ich weiß das gar nicht Ne Hier hätten wir gar keinen Fußboden gebraucht Wo ich stehe, ne? Kommen wir nicht eine Granitblöcke nachher hin? Also hier Diorit? Ach mal sehen Das wird unsere Villa jedenfalls Die sieht schön aus Ja Bin immer noch begeistert Die Tür ist auf, es zieht Das Das muss ja schon mal schön Ich weiß noch nicht, wie ich es fortführe, aber So, wie sind wir denn ausgestattet? Dann lass uns erstmal ins Inventar gucken Ich Entrümpel mich mal Ja, ich auch Und dann brauch ich noch eine Spitzhacke Wo war denn das Zeug drin? Na hier, wo haben wir das denn gelassen? Ich brauch noch ein neues Eis Kohle lass ich drin Erde lass ich drin Wo haben wir Wo haben wir gelost? Wo hattet ihr den gelassen? Hier, ne? Nein Hier Nein Das sind ja richtige Rümpeltruhen hier Ja, wir müssen noch sortieren Schreibt man richtig mit E? E Ihr seid so lang Ich musste Ich hab ja So heimlich mit Dr. Scrabble und mit Sabi gespielt Und dann haben wir ja mit Discord gespielt Ach, da ist Glowstone drin Dann tu ich den hier rein Und jetzt musste ich Die Leine Die Leine lass ich auch hier, ne? Ja Leg ich jetzt erstmal Oh, Mensch Da hat man das einmal gedacht Man hat das jetzt erfolgreich Und dann hat man wieder so'n Scheiß in der Hand Schwarzpulver? Warum steckt der das nicht? Gehen nur sechs Schwarzpulver übereinander? Na, haben wir mal über das Item Schwarzpulver? Okay, ich nehm's mit So doof Das Bett Ach, ich hab ja hier noch 19 Quarzstufen Die packe ich Sag mal Nicht hier rein Haben wir kein Nein Bauteile hatten wir hier drinnen Dann tu ich die Quarzstufen hier rein Essen behalten wir Fackeln Kohle hab ich noch Jetzt guck ich nochmal in meinen Rucksack Oh ja, jetzt vorbereitet sein Kann man vormachen Ja, ja, ja Kann man Kann man aber auch lassen Back Ich werd alt Demenz steckt an Back, back Back, back geht nicht Oh, ich hab ja noch lauter Glosthonen drin Und Blumen Und Fleisch Und rosa Farbstoff So, dann muss ich mal gucken Glosthonen Ne, Glosthonen Hatten wir hier drinnen Ne, das ist ja Goldklumpen Ich bin ja doof Wo machen wir Glosthonen rein? Äh, ich hab hier ne Grimmskampstu in der Mitte Ja, dann ist die aber voll Das macht nix Ich hab noch zwei Stacks Glosthonen Und einen Staub Und einen fasten ganzen Das hatte ich gar nicht mehr gewusst Naja, das ist ja nur auch schon Ein paar Tage wieder her So, die Blümchen Der rosa Farbstoff Den mach ich Die mach ich hier hinten mit rein So Da ist ein Ei drin Geil Und das Fleisch Wir hatten Mülleimer, sagst du, ne? Hm, Trash 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 mal Muss man das eingeben? Ich dachte, wir hatten hier so ein Symbol Ja, das musst du eingeben Mich nicht eingeben? Ja, ist aber noch auf Englisch Na, da nehm ich auch lieber den englischen Begriff Achso Achso, stimmt ja Und dann kann ich das da You can Das muss ich da raub Wie mach ich das jetzt? Da gibst Trash ein Ja Und dann nimmst du das linke Item Und dann kannst du da alles reinpacken Was du nicht brauchst Ja, wenn ich drauf klicke, ne? Hm Kann ich das nicht festhalten Ich kann das da auch nicht hinschieben Nee, musst du es nur anklicken Dann sollte er eigentlich das Menü öffnen Weil dann öffnet sich so ein großer Schest Ich hatte zwar Da ist eine Lore drin Und ein Verbotsding Das hab ich gesehen Aber wenn ich das Item Wenn ich da auf das Rottenfleisch geklickt hab Aber weißt du was? Ich mach mir das jetzt Ich mach die einfache Methode Na, wenn du den P4 eingibst Drückst du einmal auf die Lore Mit links klick Und dann sollte das Fenster sich öffnen Achso Dann gib mir das wieder Und dann packst du das einfach nur da rein Dann hab ich's falsch gemacht Und schließt das Menü Und dann ist das gelöscht Das ist ganz einfach gemacht Achso Ja, stimmt Da öffnet sich ja erst das Fenster So, mehr muss ich nicht machen, ne? Jetzt ist es weg, ne? Ja, wenn du das Fenster schließt Ist es gelöscht Gut, dann brauchen wir noch ein paar Eisenbahnen Wir hatten ja noch welche Ich mach mir denn noch Was brauchen wir? Eine Axt hab ich noch Ein Schwert Ich mach mal ein Schwert noch Und zwei Spitzhacken, wa? Dann hab ich drei Ist, glaub ich, besser, ne? Eins, zwei Ja Eins, zwei Ihr macht das bitte auch Dann haben wir genug dabei Eins, zwei, drei Ich leg das Eisen gleich wieder rein Ah, ich hab zu viel gemacht Ach, dann mach ich drei Spitzhacken Dann kriegt einer eine ab Ist ja noch nicht schlimm Ich hab genug Spitzhacken gemacht Achso Du hast sie alle Komische 1,13 Braucht der Sebi denn noch eine Spitzhacke? Ne Ich hab noch eine Eisenhaufreserve Warum hab ich jetzt hier einen Eisenklumpen drin? Weiß ich nicht Warst du denn hier? Jetzt ist er Der war drin Der hat er mir eben dann gezeigt Ja, du kannst mir viel erzählen Ist ja nicht so schlimm Ich kann mir die ja auch in ein Backpack packen nachher, ne? Was sagst du? Baby, du hattest mir die Eisenklumpen ja gegeben Weil ich ja eigentlich Eisenerz hatte Ja, dann das ist doch vom letzten Mal, ne? Ja Also ich und Manfred wissen nix So, der Ofen kann da rein Das kann da rein Die Stöcke behalte ich mal noch Den können da Ich brauch nicht alles auf der Tasche Das Bett kann da rein Das Koks kann da rein Und dann lass ich nur die Erde und das Schwarzpulver Die Schere kann da rein Hab ich Koks gehört? Koks? Hat nicht funktioniert So, los Jetzt lass uns loslegen Wir spielen schon neun Minuten und Hallo? Ja? Sebi? Ja? Er hat sich schon teleportiert Oh, hier ist ja noch was drin Der ist weg Wo bist du jetzt? Weg Ah Einfach so? Einfach so? Bin hier, wenn du mich suchst Äh, sein Sebi muss ich eingeben Ne, nur TPA, CCEPT Ja, TPA, CCEPT Sprich doch mit mir, Deutsch Ja, TPA Wie bist du hier hin? Ich war mal Farm Und dann hab ich diese Höhle entdeckt Wo ich mit Oldman Farm war Und Oldman war irgendwo anders Und ich war auf einmal hier Und ich hab mir gerade alles gekonnt Aber mit unseren Helmlampen ist gut, ne? Ja, guck mal wie Und die ist noch riesig, riesig, riesig Und nach oben müssen wir nicht Oben ist Hier ist Wasser Hier ist Eisen Bin weg Hier ist Wasser Hier ist Eisen Könnt ihr da Wo ist denn die Wasserquelle? Ich seh die gar nicht Da, da ist ne Spinne Die ist oben Könnt ihr die mal weg machen? Bitte, wenn ihr noch oben seid Ich kann nicht mehr sprechen Meine Stimme ist weg Ich muss Wasser spenden Ich esse Monster Wo muss ich hier noch oben gehen? Mach mal das Wasser Ich muss einen Moment warten Mach mal Die ist so weit oben Ich bin jetzt faul Oh, die geht aber hier unten Die ganze Höhle ist voll Wasser Ja, reicht doch Ich hab aber jetzt keine Musik, ne? Der Segibe hat mich ja geweckt Ich hab ja mich gesund geschlafen So Wasser ist gleich weg Ich bin auch schon weg Ja, ich nehm das Eisen Eisen, Eisen kann man nie genug haben Ich nehm mir das andere Ist ja lang gelaufen Sag ich nicht Ihr wollt mir bloß die Kohle klauen Was meinst du, was ich grad hier seh? Hallo Was war das? Nix Nix Er hat Freunde gefunden Naja, der hat einen zischen lassen Lass ihn doch mal Wenn er Ich weiß doch gar nicht, was er zum Abendbrot hatte Dass er so ne Blähung hat Naja Vielleicht hat er sich aber auch so sehr gefreut Über dich Das kann auch sein Ich hab's schon wieder geahnt Ich hab's schon wieder geahnt Sie sind schon wieder bei mir Sie gönnen mir meine Kohle Nö, wo ich bin, ist grad Kohle Ich komm nur auf deine Richtung zu Oh, hier ist reichlich Nina, wo bist du? Ich bin einen anderen Weg gegangen, wo ich Eisen gefunden hab Naja, zur Not beamen wir dich einfach ran Fertig, ne? Das ist ja nun nicht das Thema Hier ist noch Granit Brauchen wir noch Granit? Brauchen wir noch Granit? Ich würd's mitnehmen Können wir bestimmt gebrauchen Ja, aber jetzt fürs Haus und so Wär ich gar nicht mal so abgeneigt Oh, da ist dann auch noch Eisen drunter Oh, hier sind Pilze Lass das Brust nicht niedersehen Oh, die Pilze wird Ja, ich muss doch Schalen und so machen Nur dafür müssen wir erstmal Holz warmen Ich hab Ich hab ja heute Ich war ja heute in dem Markt, wo es dann auch immer die Das Obst und so Wo man sich Salat und Oh, ich bin genudelt Ich hab mir wieder eine große Schale Obstsalat gemacht Und mitgenommen Oh, der ist so lecker da Lohnt sich doch nicht für mich alleine Wenn ich mir die ganzen Sachen kaufe Das ist ein totaler Blödsinn Und dann kann ich mir das da auch Oh, umso teuer war das auch nicht Das hört hier gar nicht auf mit dem Eisen Aber es hört mit meiner Spitzhacke auf Da geht's tief runter Oh, ganz tief Warst du denn auf der anderen Seite schon fertig? Ja, da war Wir werden dann die Ähm, nix mehr Wir werden dann noch Truhen bauen, wenn wir wieder da sind Wir sollten auch noch ein bisschen Holz aus der Abbauwelt nachher mitnehmen, ne? Hm Ist jetzt einfach runtergesprungen Und da ist sich runtergebaut Oh, jetzt geht der noch tiefer Oh, dann muss ich aber warten, bis der alter Mann da ist So, ich hab jetzt Granitfasten-Stack voll Nein, Skeletti Das reicht jetzt Ich muss mich erst mal wieder hier rausfinden Nein, 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 nein Geh weg Oh, Redstone Kriegt der wieder Punkt? Scheiße Wenn wir alles brauchen für unsere Äh Ich muss Maschinen Die ich noch erbauen werde Maschine Maschinencar Aber das ist ein großes Lager-Logistiksystem Muss ich Aber das kann ich nur offline bauen Da brauch ich Stunden für Ich kann dir ja helfen Wie wir es bei den, ähm Ja, ja Hier ist auch noch Äh, anderen Server gemacht haben Haben wir noch genug Diorit? Ja Brauch ich kein Farm Äh, ich weiß nicht Das Haus wird noch ordentlich schlucken Weil hier ist grad welcher Dann nehm ich den schnell mit Ich würde ihn sicherheitshalber mitnehmen Weil das Haus wird doch ein bisschen groß Ja Die Anbauten müssen ja auch noch gebaut werden Dann werden ja auch Es wird halt eine Villa Naja, wenn wir da Habt ihr schon mal mit Danny sprechen können? Danny hat noch kein Internet Der hat kein Internet? Was ist denn bei ihm? Hat er was verändert? Ähm Erzähl ihm das ruhig, Nina Kannst du ihm das mal erzählen Über 1&1? 1&1 hast gesperrt Weil er eine Rechnung nicht bezahlen konnte Achso, ja, das machen die Bei einer Rechnung Das ist ja schon knackenhart Ja Oh, so viel Kohle So viel Kohle Ich kann da nicht mitreden Also ich achte immer, dass sowas bezahlt wird Weil das kann unangenehme Folgen haben Wenn Man kann da automatisch irgendwelche Schufa-Einträge kriegen Und dann hat man spätestens beim nächsten Handyvertrag ein Problem Sind ja verpflichtet, wenn du es gezahlt hast, rauszunehmen Theoretisch Also die Schufa-Einträge Ich hab übrigens noch eine Höhle gefunden Nein, Tida, du gehst runter Wo seid ihr denn hier langgegangen? Baby, wo bist du lang? Nur einfach die Höhle weiter Ach, Oldman kommt glaub ich grad Ja, hallo Oldman Hä? Hä? Ach da Ich, ich, ich seh deinen Namen Ich überleg grad Aua Oh, Redstone, meine XP Ich hab Lapis Lazuli gefunden Und das ist aber schön Schnapp die XP-Punkte Wo ist Redstone, wo ist Redstone? Oh, Redstone Ah Wird da beinahe reingerutscht Ne, wir haben hier Lava Oh Ja Bist du reingerutscht? Böse Böse Ach so, so einer Nein, meine Kohle Hier ist Hier ist Obsidian Aha, aha, aha Oh, Mini-Zombie Oh, ein toter Zombie Hier waren wir aber schon Das kenn ich Das kenn ich Hier waren wir schon Das kenn ich Bist du wieder hochgegangen? Nein, ich bin noch tiefer gegangen Ach so Ja Oh, Shift Oh, jetzt baue ich Ach, das ist doof Was mach ich denn hier? Ach so, das bin ich mit den Geräuschen So Ist auch ein bisschen leise Gehen würdig Ah, scheiße Jetzt hat mich so ein Zombie in die Lava gehauen Oh Was sagen Ja, jetzt ist mein Zeug da drin Beziehungsweise verbrannt Aber du hast noch deinen Rucksackinhalt Hey Ja, aber alles andere ist weg Ich hatte ja noch nichts im Rucksack drin Nur das, was ich vorhatte Ich hatte ja noch nichts reingelegt Da haut er einen voll in die Lava Das ist aber echt Gut Tschüss Ich spiel nicht mehr Gut, tschüss Kannst du ja nochmal dich mit dem Capture befassen? Ne, ich bin ja im Spiel drin Aber ist ja alles weg Ja, das ist ehrlich Ich sag nur meinen Rucksack in der Lava, ne? Das war was anderes Den hast du ja reingeworfen Ja, aus Dummheit Weil ich nicht aufgepasst Ich hab nichts mehr zu essen Meine ganzen Werkzeuge sind weg Die Rüstung ist weg Alle Ästen hab ich für dich Die Fackeln sind weg Gut, Fackeln hab ich jetzt Ach doch, Fackeln hab ich Was hätte ich denn noch alles? Alles Mal gucken Mal gucken Warte Ich weiß jetzt nicht, warum ich Kies abbaue Aber ich baue es Ja, im Rucksack hatte ich so viel Gar nichts drin Das Granit ist weg Ach, ich hab den Zombie gefunden Hier, stirb du Drecksau Arschloch Ja, muss man Muss man Achso, teleportieren kann ich mich auch nicht mehr Warum? Nö, du hast keine Teleportierungsanfragen Nee, du musst Nee, nicht TPA Du musst den Loop TP und dann den Namen schreiben Ja, ich weiß Achso Hallo Warte Hier hast du Eisen Hier hast du Kohle Hier hast du Kohle Hier hast du Warte, auf ne Werkbank Ja, die hab ich ja gesichert Das brauch ich nicht Die hab ich im Rucksack Ich brauch Rüstung und Waffen Und mein Zeug Und ich hab ja nix Warte, ich baue den Ofen Ich baue sogar mehrere Ein Schwert ist weg Ich hab gar nix mehr Die Fackeln sind weg Ich hatte ein ganz Gebegeist, das Eisen schmelzen Kannst du mir das nicht schnell Mit Dings Oder soll ich das selber machen? Mit Gameboot mein ich Du weißt schon was Ich kann das machen, wenn du das möchtest Ja, nee Was wollen wir denn jetzt machen? Ich hätte sie einfach neu gecraftet Wie wir sonst auch immer Im Überleben spielen Ja, ich hab auch Naja Ach, wir wollen Nina auch Ach, scheiße, war da Ja, Nina war ja auch meine Schund Achso Wir machen heute mal eine Ausnahme Ich brauch Stöcker hatte ich auch Den Helm brauche ich gar nicht Ja, das hast du trotzdem Dann hast du nochmal ein Starter-Kit bekommen Und Fackeln Achso, Fackeln gebe ich dir so Dann fehlt mein Bogen noch Eine Schaufel Geh doch mal runter Die bleibt drauf Eine Schaufel habe ich dir gegeben Äh Die Sch... Die Axt Nee, die Axt ist da Oh mein, ich hab da reingeben, Fackeln Das ist ein Bogen Pfeile habe ich auch Keine Ich habe nur drei gegeben Ja, warte Die hab ich Ja, drei Pfeile Ja, die hatte nämlich ich im Winter irgendwie gehabt Können wir trotzdem das Eisen hier schmelzen? Ja Mal gucken, was hier noch Was ist mit dem Gewitter? Das ist oben Ja, aber was ist mit dem? Das ist so, dass er donnert und... Ja, das ist ganz schön laut, ne? Deprimierend Blöde Hast du das hier zugebaut? Ja, ich hab das so gebaut Das hast du fein gemacht Ich hör schon wieder ein Zombie Hier geht's aber auch noch runter, ne? Nee, hier hatte ich... Hatten wir bloß abgebaut, glaub ich Wo seid ihr jetzt hin? Hier Da muss ich wieder anfangen abzubauen Das ist ja alles weg Ja, hinten ist der Zombie, oder? Ja, Zweifel schmieren ist böse Oder über uns Ich hab keine Ahnung Ich hab keinen Zombie-Detektor Oh, ich hab Eisen freigelegt Das ist aber schön Sag mal, was rum ist denn da, da oben? Lass ihn doch Er soll auf die Verte gehen, wenn er muss Am Wochenende war mein Nachbar bei mir Der ganz unten wohnt, der alte Herr Wildner Der immer meine Pakete annimmt Ui Herr Schuster Läuft bei Ihnen Wasser? Bei mir kleckert's von der Decke Und die Nachbarin unter mir sagt Unter Ihnen sagt Von ihr kommt das nicht Klingt schon sehr unwahrscheinlich, ne? Bei mir war natürlich nix Weil das war Ich hab die Nacht schlecht geschlafen Ja Und war dann Ich weiß nicht, ob ich das schon erzählt hab Und war dann früh raus Hab dann lange geschlafen, ne? Für meine Verhältnisse Und Vorhin Ich hatte was bestellt Hab ich das abgeholt Weil ich ihn heute Nachmittag nicht stören wollte Als ich nach Hause kam Weil ich mir gedacht hab Der macht Mittagsschlaf Macht er auch, hat er mir gesagt War ich ihn? Ja, war sie doch Was soll das? Das kann doch passieren Ist doch nicht schlimm Bringt doch nix Wenn man nix sagt Das war ja auch nix Schlimmes Das ist ein bisschen was gekleckert Da ist nicht mal Die haben getäfelte Decken Also hier mit Paneele Ja Aus Holz Da sieht man nicht mal was Wenn das abtrocknet Die sind lackiert Ich hör schon wieder ein Zombie Ach, da ist er Steht, Sachmit Sachmit, ich hab dich übrigens bekämpft In Origins, ne? Hab ich dir das eigentlich schon mal erzählt? Meine Kohle Geh weg Nein, du hast, äh, ja Meine, 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 meine Oh, hier müssen wir vorsichtig sein Nicht, dass hier bei meinem Lava steht Oh, guck mal, das hab ich Hab ich gut gemacht, ne? Musst du sagen, ne? Hab ich gut gemacht, ne? Ey, Dieb Ach, meine XP Die klaut er mir auch noch Oh, die überweiß ich gleich Ja, ja Jetzt hab ich nur 2500 Ja, ja Angeber Warte, ich überweiß dir einen Ah, das sag ich dir nicht, was ich gefunden hab Äh, nein, 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 nein Alles retzt du und alleine abgebaut So, ich hab da einen überwiesen Oh, das ist aber geil Kann ich mir ja morgen was für den Mittag holen Oh, Eisen Nee, was ist das? Gold Gold Mein Gold Da klaut er mir das Gold Ich find hier alles Geh weg Ja gut, hier Ich werde das wieder verlieren, wenn ich in die Flammen geschubst werde Ach, sind wir schon auf Höhe 13? Das ist ja praktisch Oh, da müsste ja irgendwann mal Diamanten kommen Oder ist das nicht mehr so? Ich bin auch mal tiefer Ich hoffe, dass es was so ist Da müssten ja bald Diamanten kommen War das tief genug? War das tief genug? Vielen Dank.